Wir sind die Firma Feuerstein mit der Eigenmarke Molotov, mit dem Firmensitz in Laar. Willkommen in der Welt von Molotov. Wir machen Auftragswerkzeuge für Sprühdosen, Marker, Schreibgeräte, alle aus dem urbanen Bereich, aus dem Graffiti inspiriert und möchten am liebsten diese Konzepte auch auf traditionelles Kunsthandwerk übertragen. Dieses Jahr zur Paper World 2018 haben wir uns etwas ganz Tolles überlegt. Und zwar zeigen wir legale Züge, die bei uns in Lahn-Schwarzwald produziert worden sind. Hintergrund dabei ist, die damals illegale Sachen zu legalen Sachen hinzubekommen. Das heißt, früher waren diese Zug, heute ist der Leinwand. Molotov, das Original, steht für Qualität, Innovation, Graffiti und Bodenständigkeit.